Ja, mein Kanal heißt StempelhühnerTV. Wir sind noch ganz neu auf YouTube und ich habe gedacht, ich stelle uns mal vor. In diesem Kanal wird sich alles um das Stempeln drehen, sprich das Stempelhobby. Mittlerweile wird es immer bekannter in Deutschland und fast auch immer mehr Fuß. Das Ganze kommt aus Amerika. Ja, dort ist Stempeln ein riesengroßes Hobby. Hier wird es jetzt, wie gesagt, immer bekannter. Das größte Forum, was es in Deutschland für Stempeln gibt, ist www.stempelhühner.de. Das ist mein Forum. Mein Name ist Silke und dem www bin ich als Bastelzauberin bekannt und ich bin quasi die Hühnermami. In diesem Forum sind ganz viele kreative Leute und wir tauschen uns aus. Es gibt Tipps und Tricks, jeder zeigt so seine Sachen und so weiter. Und den Link, den stelle ich euch unten in die Infobox ein. Wenn du auch so ein kreativer Mensch bist und vielleicht das Stempel liebst, kannst du ja mal bei uns vorbeischauen. Wir sind ein ganz lustiger Haufen und auf unserer Stange ist für bestimmt auch noch Platz. Ansonsten kannst du immer gerne wieder in diesem Kanal vorbeischauen. Hier wird es Tipps, Tricks und Tutorials geben, Produktvorstellungen, Berichte über Messen und 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 und. Also ich habe mir ganz viel vorgenommen und werde auch von ganz vielen lieben Hühnern unterstützt. Und ich hoffe, dass du hier immer wieder vorbeischaust und dass der ein oder andere Tipp oder Trick für dich nützlich sein kann. Dass du vielleicht das ein oder andere Tutorial auch noch gar nicht kennst. Und ich sage mal, dass wir dich anregen können mit unseren kreativen Ideen. Wenn du gar keine Folge verpassen möchtest, kannst du uns natürlich gerne abonnieren. Darüber würden wir uns tierisch freuen. Über einen Daumen hoch freuen wir uns auch. Ansonsten kannst du auch zwischenzeitlich gerne bei mir auf dem Blog vorbeischauen. Da wirst du bestimmt auch immer Neuigkeiten finden über StempelHühnerTV. Mein Blog poste ich dir auch gerne in die Infobox. Ja, über liebe Kommentare freuen wir uns auch sehr oder vielleicht auch über Anregungen, was ihr mal gerne sehen möchtet, was euch interessieren würde. Dann postet uns das doch in den Kommentaren. Ja und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns hier die Tage auf diesem Kanal und bleibt mir gesund und munter. Tschüss!